Herzlich Willkommen bei Tumpfist Kanal. Heute die Auslosung vom 1000 Abonnenten Special, der Gartenzwerg, den gibt es zu gewinnen. Ich werde den Gewinner per Random Comet Picker ermitteln, zahlreiche Kommentare sind eingegangen und ich drücke euch jetzt ganz fest die Daumen. Herzlichen Glückwunsch Nadja, der Zwerg gehört jetzt dir. Schick mir bitte nochmal deine Adresse per Mail, dass ich dir den Zwerg zukommen lassen kann. Ich hoffe du findest für den Kleinen noch den ein oder anderen Standort, vielleicht zwischen den Kartoffeln. An alle anderen die mitgemacht haben, tut mir leid ich habe nur einen Zwerg, aber auf jeden Fall danke für die netten Kommentare, danke für alle Abos, danke für alle Daumen nach oben, danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.